Willkommen zu meinem Video. Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick über die Themen der 15. Ausgabe von Dr. Polleits Boom & Bust Report geben. Der erste Artikel heißt Alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Fiat gilt das Werk dunkler Mächte. Hier werden sie über die teuflische Seite von US-Dollar, Euro und Co. aufgeklärt. Wir haben ein Interview mit dem US-Ökonomen Professor Paul Quick über sein neues Buch und er erklärt uns, dass die US-Zentralbank gezwungen sein wird, die Zinsen weiter zu senken, die Geldmenge zu erhöhen, also weiter zu inflationieren. Dann heißt es Investoren aufgepasst, das heikle Geschäft der Performance-Messung. Wir erklären, was sie zur Renditebeurteilung ihres Aktienfonds wissen müssen. In der Serie Bitcoin Revolution heißt es im neuen vierten Teil Geld, Währung, Finanzinstrument, Vermögensobjekt. Wir argumentieren, dass Bitcoin zumindest bislang noch kein Geld und auch keine Währung ist. Es folgt eine kurze Einschätzung zum Goldpreis, insbesondere auch mit Blick auf die Nachfrage nach Gold-ETFs. Im Aktienmarktkompass stellen wir Ihnen eine neue, interessante Unternehmensaktie vor. Ich will an dieser Stelle nur so viel verraten. Es geht um Schweizer Spitzenindustrie. Und der Techniker alias Thomas Anthony analysiert die Aktie sowie auch die zehnjährige japanische Anleiherendite aus markttechnischer Perspektive. Das und mehr finden Sie in der neuen, in der 15. Ausgabe von Dr. Polleits Boom & Bust Report. Für Anleger, die es wirklich wissen wollen und die ihr Geld auch umsichtig investieren wollen. Alle weiteren Informationen finden Sie auf meiner Website www.boombustreport.com. Ich freue mich über Ihren Besuch. Und jetzt sage ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.